Kreditkartenfehler, die du vermeiden solltest Kreditkarten bieten viele Vorteile. Doch wenn du nicht vorsichtig bist, können sie auch zu finanziellen Problemen führen. Hier sind die häufigsten Fehler, die Kreditkarteninhaber machen und wie du sie vermeiden kannst. 1. Unüberlegte Beantragung Ein häufiger Fehler ist die unüberlegte Beantragung einer Kreditkarte. Bevor du eine Kreditkarte beantragst, solltest du verschiedene Angebote vergleichen. Achte auf die Jahresgebühren, Fremdwährungsgebühren und andere Kosten, die anfallen können. Unter dem Video verlinken wir dir unsere Kreditkartenempfehlung, die ohne Jahresgebühr kommt und weitere Vorteile bietet. 2. Nur die Mindestzahlung leisten Die Versuchung bei einer Revolving-Kreditkarte nur die Mindestrückzahlung zu leisten, ist groß. Das kann aber langfristig teuer werden, da in dem Fall Zinsen auf den verbleibenden Betrag berechnet werden. Wenn möglich, solltest du immer den gesamten Betrag zurückzahlen oder zumindest mehr als die Mindestrückzahlung leisten, um Schulden zu vermeiden. 3. Unnötige Gebühren zahlen Viele Kreditkarten haben versteckte Gebühren, die du möglicherweise nicht sofort erkennst. Dazu gehören Gebühren für Bargeldabhebungen oder Auslandseinsätze. Informiere dich über die Gebührenstruktur deiner Karte und vermeide unnötige Kosten, indem du die Karte strategisch nutzt. 4. Sicherheit vernachlässigen Sicherheit sollte beim Umgang mit Kreditkarten immer an erster Stelle stehen. Achte darauf, eine starke PIN zu wählen und sie nicht mit anderen zu teilen. Wenn deine Karte verloren geht oder gestohlen wird, melde dies sofort deiner Bank, um unautorisierte Transaktionen zu verhindern. Bei vielen Kreditkarten kannst du die Karte auch per App sperren. 5. Kontoauszüge nicht regelmäßig prüfen Ein weiterer, häufiger Fehler ist die mangelnde Überwachung deiner Abrechnung. Es ist wichtig, regelmäßig zu überprüfen, ob alle Transaktionen korrekt sind und ob es unautorisierte Abbuchungen gibt. Eine schnelle Überprüfung kann dir helfen, Betrugsfälle frühzeitig zu erkennen. 6. Kein Budget festlegen Ohne ein klar definiertes Budget kann es leicht passieren, dass du mehr ausgibst, als du dir leisten kannst. Setze dir ein monatliches Limit für deine Kreditkartenausgaben und halte dich daran. So behältst du deine Finanzen im Griff und vermeidest unnötige Schulden. 7. Kreditkarten für Bargeldabhebungen nutzen Die Nutzung von Kreditkarten für Bargeldabhebungen kann sehr kostspielig sein. Die meisten Anbieter erheben hohe Gebühren oder berechnen Zinsen für Abhebungen. Wenn du Bargeld benötigst, nutze besser die Girocard oder eine andere Debitkarte, die du zu deinem Girokonto erhalten hast. Selbst wenn dein Kreditkartenanbieter aktuell noch kostenlose Abhebungen bietet, solltest du das im Rahmen von Fair Use nicht zu häufig nutzen. Die Bank, die den Automaten betreibt, berechnet nämlich für jede Abhebung Gebühren an die Bank, die deine Kreditkarte ausgibt. 8. Belohnungen falsch nutzen Viele Kreditkarten bieten Belohnungsprogramme. Zu den bekanntesten gehören das Membership Rewards Programm von American Express oder das Miles & More Programm der Lufthansa. Achte darauf, dass du nicht zusätzlich Geld ausgibst, nur um eine Prämie oder einen Bonus zu erhalten. Kreditkarten können ein nützliches Werkzeug sein, wenn du sie verantwortungsvoll nutzt. Indem du die häufigsten Fehler vermeidest, kannst du sicherstellen, dass du die Vorteile deiner Kreditkarte optimal nutzt und gleichzeitig deine Finanzen im Griff behältst. Unsere Kreditkartenempfehlung verlinken wir dir unter dem Video. Sie kommt ohne Jahresgebühr und kann weltweit ohne Auslandseinsatz oder Fremdwährungsgebühren eingesetzt werden. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Vielen Dank für's Zuschauen und bis bald!